Seit einigen Jahren kümmert sich die Wissenschaft sehr intensiv um die Pröge Nodularis. Einmal natürlich um die Grundlagen zu verstehen, die Mechanismen, aber natürlich auch um sich um die klinischen Parameter zu kümmern. Und das beinhaltet zuallererst auch mal die Terminologie. Da haben wir international daran gearbeitet, weil da waren sehr viele Misskonzepte in dieser Erkrankung drin. Und dann geht es natürlich auch immer wieder um die Diagnostik und Therapie. Und um das zu harmonisieren, haben wir es glücklicherweise geschafft, eine internationale Leitlinie herauszugeben 2020, die genau diese Punkte adressiert. Also was ist eine vernünftige Therapie bei der Erkrankung und auch eine vernünftige Diagnostik? Wo fange ich an zu suchen nach dem Jucken und was ist minimal notwendig? Aber was kann darüber hinaus auch alles gemacht werden in der Diagnostik? Also auch solche Fragen wie, muss ich unbedingt eine Hautprobe machen und in welchen Fällen sollte man das unbedingt tun? Und erfreulicherweise sind wir in der Leitlinie auch zu einer Stufentherapie gekommen. Also wir sagen nicht, naja, es gibt ganz viele Therapie, hau mal alles drauf, sondern wir machen das natürlich auch, wie wir das von der Neurodermitis her kennen, dass wir das je nach Schweregrad der Proligor empfehlen, beziehungsweise dann auch, dass wir schrittweise therapieren, dass wir sagen, fangen mal an mit einer äußerlichen Therapie, dann geht es auf die innerliche Therapie. Und da gewichten wir das natürlich auch. Wir haben einerseits die Immunsuppressiva, die wir empfehlen. Wir haben aber auch andererseits Therapien, die an der Nervenphase direkt wirken. Wir wissen, dass das so eine Kommunikation zwischen Nerven und Entzündungszellen ist, die bei der Proligor eine Rolle spielt. Und dementsprechend haben wir dann auch die Therapien empfohlen.